Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr da seid, vielen Dank fürs Einschalten. Kurzes Video zu der CJ Gardner-Johnson-Situation, die es zurzeit gibt. Weniger eine Situation als mehr, alle Leute wundern sich, warum er so einen kurzen Vertrag für verhältnismäßig wenig Geld gekriegt hat jetzt. Da rede ich ein bisschen drüber und dann gleichzeitig anhand seines Beispiels über Fanverhalten nach dem Spieler das Team verlassen, weil ich da auch gerade wieder zwei sehr verschiedene Beispiele mitgekriegt habe. Geht natürlich wieder um die Lions, aber wie immer ist es bei mir nur ein Beispiel und anhand dieses Beispiels versuche ich eine generelle Sache darzustellen. Bin dann sehr gespannt auf eure Meinung. Vorher natürlich wie immer abonniert, wenn ihr neu seid, kein Risiko, keine Kosten mit verbunden. Also macht einfach, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr es nicht mehr feiert nach ein paar Tagen, könnt ihr es wieder zurücknehmen. Als zweites noch, sorry für alle, die gestern relativ schnell das Video mit den besten Safeties im Draft geguckt haben und sich dann gewundert haben, sag mal, wo sind denn hier die Kapitel? Du redest im Video darüber, dass du Kapitel machen wolltest. Ich habe gestern relativ, ich wollte gerade sagen relativ unerwartet, aber natürlich ist es nie erwartet, aber sehr abrupt ging es mir einfach komplett kacke. Ich hatte dann auch relativ schnell ziemlich hoch, also das Verhältnis mit sich Hochfieber. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Jetzt inzwischen ist immer noch der gleiche Tag, aber abends, das geht mir deutlich besser schon. Aber keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Deswegen habe ich das mit den Kapiteln komplett verpeilt. Erstmal, ich habe das jetzt nachgeholt. Ganz fit bin ich immer noch nicht, deswegen kurzes Video heute, wie gesagt. Aber ich glaube morgen, wenn ich Zeit habe, richte ich mich dann mal ein bisschen auf Free Agency bewerten aus. Alright, was ist passiert mit CJ Garner-Johnson? Ist der für viele beste verbleibende Free Agent gewesen. Für manche war es von Anfang an der beste Free Agent auf dem Markt. Und der hat letztes Jahr die Liga angeführt mit seinen Interceptions und so weiter. Hat Safety gespielt bei den Eagles. Hat auch sehr gut gespielt, nachdem er von den Saints gekommen ist. Und da primär im Slot unterwegs war. So, ist jetzt Free Agent geworden. Ich bin eigentlich relativ stark davon ausgegangen, dass er zu den Eagles zurückkommt. Ist jetzt nicht passiert. Ich habe die ganze Off-Season oder schon Ende der Season immer, wenn es um Need von Lions ging, gesagt. Ah, wir brauchen so ein Safety-Slot-Piece, so einen Versatile-Player, der beides machen kann. Also quasi genau so ein CJ Garner-Johnson. Also hat man von Anfang an eigentlich vom Team-Need her erwarten können, dass er mit Detroit in Verbindung gebracht wird. Aber Brad Holmes hat auch gesagt, wir werden nicht so wirklich auf Splash-Signings gehen und so weiter. Und ich habe gedacht, der wird sehr, sehr viel Geld kriegen. Sind wir automatisch raus aus dem Rennen. Umso überraschter war ich dann natürlich, als ich irgendwie abends nochmal auf Twitter gegangen bin und gesehen habe, Moment mal, ein blaues Lions-Bild mit CJ Garner-Johnson drauf. Was ist denn hier los? Oh, huch, gesigned. Nice. Ein Jahr, acht Millionen sind es. Und das ist verhältnismäßig wenig und auch verhältnismäßig kurz. Das ist ein sogenannter Approved-Deal. Also beweis es, beweis dich, wie gut du bist. So, und wenn du jetzt dieses Jahr nochmal krass bist, dann kriegst du nächstes Jahr vermutlich einen besseren Vertrag. Kommt ein bisschen darauf an, wie der Safety-Markt aussieht. Wie konnte es dazu kommen, dass er jetzt so einen kurzen Approved-Deal irgendwo unterschrieben hat? Wir haben mehrere Theorien. Die eine Theorie ist einfach, dass der Safety-Markt dieses Jahr nicht besonders gut war und dass er nirgendwo wirklich gute Angebote gekriegt hat und sich dann gedacht hat, ja gut, dann gehe ich halt irgendwo hin für ein Jahr. Zeig nochmal, dass ich krass bin. Und nächstes Jahr ist der Markt besser und ich kann nächstes Jahr dann noch einen richtigen Vertrag abschließen. Deswegen jetzt noch keinen langfristigen Vertrag angenommen. Gleichzeitig, warum Detroit, der hat eine relativ lange, also Dan Campbell kennt ja auch den Head-Coach schon noch aus Saints-Zeiten, aber auch Aaron Glenn, der Defensive Coordinator von Detroit, den kennt er schon noch viel länger. Der war irgendwo sein Coach bei einem High-School-All-Star-Spiel und sowas und die haben so eine Vater-Sohn-mäßige Beziehung laut Gardner-Johnson selbst. Deswegen ist das natürlich ein Grund, also ein zusätzlicher Grund, aus dem er nach Detroit will. Ich glaube auch, weil er häufig schon gesagt hat, ja man muss das machen, was für seine Familie am besten ist. Ich glaube auch, dass einfach da das meiste tatsächliche Geld für dieses eine Jahr drin war. Denn die andere Story, die es gibt, kommt von einem Reporter aus Philadelphia, der gesagt hat, die Eagles haben ein 3-Jahr mit ungefähr 8 Millionen pro Jahr Angebot ihm gegeben, was dann logischerweise 24 werden. Und das hat er abgelehnt, hat sich verzockt. Die Eagles haben dann stattdessen Bradbury wieder geholt, haben das mit Slay nochmal hingekriegt und haben dadurch jetzt nicht so den krassen Need auf die Bee. Auch wenn ich sagen muss, die Logik erschließt sich mir nicht so ganz, weil das halt andere Positionen sind und weil die drei ja auch letztes Jahr zusammen sehr, sehr gut gespielt haben. Also zu sagen, ja, jetzt wo man Slay und Bradbury hat, braucht man Gardner-Johnson nicht mehr, weiß ich nicht, ob das so wirklich stimmt. Aber die Agentur von Gardner-Johnson hat gepostet, ja, Medien immer verdrehen alles, ne. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Fake-Deal für drei Jahre und einem richtigen Deal für ein Jahr. Wenn bei einem Jahr 8 Millionen fast komplett garantiert sind und bei drei Jahren, war es anscheinend so, laut dem Beispiel, was sie getweetet haben, was dann natürlich relativ offensichtlich war, dass zumindest laut der Agentur, dass das Angebot von den Eagles war, waren 17 Millionen, also mehr als zwei Drittel, im letzten Jahr geparkt. Das heißt, man hätte sozusagen anstelle der Eagles einfach nach dem zweiten Jahr ihn cutten können und dann hätte er für die ersten zwei Jahre nur sieben Millionen gekriegt, nur dreieinhalb pro Jahr quasi. So, und dieses, einem Team so ein Out zu geben, so ein Backloaded-Contract, wo kein oder wenig garantiertes Geld drin ist, ist natürlich nicht smart. Also wenn das wirklich der Fall war, dann ist das natürlich kein gutes Vertragsangebot und dann ist schon logischer, dass man ein Jahr 8 Millionen nimmt, was fast komplett garantiert ist, im Gegensatz zu mehr oder weniger einem Zweijahresvertrag für dreieinhalb Millionen pro Jahr, ist logisch. Denn da müsste man schon extrem gut spielen, dass die Eagles dann im letzten Jahr sagen würden, weißt du was, okay, die 24 Millionen gehen, äh, die 17 Millionen gehen raus. So, das sind auf jeden Fall die beiden verschiedenen Gründe, die im Raum stehen. Also entweder er hat sich verzockt oder der Markt ist nicht so geil gewesen und dann hat er sich jetzt für ein Jahr ein Team gesucht und ist da halt nach erstens Geld gegangen, das will ich gar nicht abstreiten und zweitens natürlich auch nach Coaches. Vielleicht ist da wirklich sowas drin, das möchte ich als Fan natürlich glauben, dass er sieht, oh, Detroit ist ein aufstrebendes Team und ich will für den Coaching-Staff spielen und so. Sowas will man als Fan natürlich immer glauben von seinem Team. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, Geld schien da eine sehr, sehr bedeutende Rolle zu sein, nach allem, was er bisher so gesagt hat. Das ist die Erklärung für die eine Sache. Das andere, wo ich vorhin gesagt habe, ja, ich möchte es anhand des Beispiels von der Situation jetzt ein bisschen genauer erklären, ist, dass ich sehr interessant finde, wie Fanbases teilweise wirklich geschlossen in irgendeine Richtung ausschlagen, nachdem ein Spieler weggeht. Entweder so, oh, wir lieben dich und es war cool, dass du hier bist, bla, bla, bla. Oder, ach, den wollten wir sowieso nicht haben. Und da gibt es dann immer super viele witzige Tweets, die dann enthüllt werden, wenn jemand quasi sowas tweetet von wegen, ah, den wollten wir sowieso nicht haben. Und dann antwortet jemand oder Quo tweetet, Entschuldigung, Quo tweetet das mit einem Tweet von vor drei Tagen, wo er gesagt hat, ah, heute ist ein guter Tag, um den zu resignen. Wir sollten ihn unbedingt resignen und der ist ein Building Piece und bla, bla, bla. Und die beiden Beispiele, die ich dafür erlebt habe jetzt in letzter Zeit, natürlich als Lions-Fan, ist einmal David Montgomery und jetzt einmal C.J. Gunnar Johnson. Und da muss ich sagen, Hut ab und Credit an Bears-Fans. Übrigens, natürlich kommt sowas immer eher aus der amerikanischen Bubble als aus Deutschland. Da habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt, aber auch teilweise schon. Denn wir haben ja David Montgomery gesigned, ne, Running Back von den Bears. Und eigentlich fast alles, was ich da gehört habe von den Bears, ist halt positiv. Von wegen, ah, hab da einen richtig guten und shit, den hätten wir gerne behalten. Und, ja, viel Erfolg, außer gegen uns, halt so klassisches Zeug, ne. Auf jeden Fall akzeptieren die und erkennen es an, dass er ein sehr guter Spieler ist und sagen, ah, Mist, der hätte, ah, ich hätte ihn gerne bei uns behalten. Bei C.J. Gunnar Johnson und Philly-Fans ist es komplett das Gegenteil. Die sind so schnell geswitcht, das ist unglaublich. Und da habe ich halt genau das, was ich eben meinte. So eine Tweets gesehen von wegen, ah, der ist ein Locker-Room-Kanzler und den besser, dass wir den losgeworden sind, dodge the bullet und sowas, ne. Von wegen, ja, wir haben langfristig Schaden vermieden. Und dann fast immer in den Kommentaren darauf Tweets von genau der gleichen Person, die diesen Tweet verfasst hat, wo irgendjemand einen Screenshot dann macht und sagt, bist du das eigentlich? Wo er drei Tage vorher gepostet hat von wegen, oder getweetet hat von wegen, ah, wir sollten C.J. Gunnar Johnson unbedingt resignen und der ist der beste Safety in der NFL und blablabla. Ich denke, das ist ja wirklich billig. Vor allen Dingen, dann geh doch wenigstens ein bisschen in deiner Timeline zurück und lösche die Tweets, die du vorher gemacht hast. Ist natürlich trotzdem affig, aber weniger nachweisbar affig, was auch immer. Noch zu dieser Locker-Room-Kanzler-Geschichte. Ich glaube, das kommt ein bisschen daher. Ich glaube, der wurde im Spiel ein- oder zweimal schon während des Spiels von irgendwem geboxt, wo er so ein guter Instigator ist, so ein guter Provozierer, sagt man. Keine Ahnung, er ist sehr gut provokant. Einmal war das, wer war das? War das Mims? Irgendein Bears-Receiver hat ihm eine mitgegeben. Und dann noch jemand, glaube ich, in dem Spiel. Aber auf jeden Fall auch einmal im Training ist er mit Michael Thomas aneinander geraten. Und das ist jetzt halt auch wieder so eine dicke Geschichte. Ehrlich, alles, was ich jetzt von Eagles-Spielern gelesen habe, die, die ich gerade im Kopf habe, sind Slay und AJ Brown. War durchweg positiv. Und dieses, dass Spieler aus dem gleichen Team im Training aneinander geraten, gerade im Trainingscamp, das ist viel normaler, als man denkt. Also es gibt kaum ein Trainingscamp, wo nicht ein O-Liner mit einem D-Liner-Beef hat oder ein Receiver mit einem Cornerback und so weiter. Es liegt einfach in der Natur der Dinge. Es ist heiß, man steht da extrem lange auf dem Feld. Du hast die ganze Zeit immer wieder Drills, wo man sich gegenseitig auf die Mütze gibt und so weiter. Natürlich kochen da die Gemüter ein bisschen hoch. Also ehrlich, ich gebe nicht allzu viel auf die Storys von Locker-Room-Kanzler, bla bla bla. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Aaron Glenn ihn dann nach Detroit geholt hätte. Die kennen sich ja schon sehr gut. Und was man auch noch dazu sagen muss, er ist halt immer noch 25, der ist genauso alt wie ich. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Problem ist. Könnte aber auch sein, dass ich da vielleicht ein bisschen naiv bin, weil ich Lions-Fan bin. Alright, das war es mit dem Video. Ganz wichtig, lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da. Ich versuche da alles zu lesen und auch ein paar Sachen zu antworten. Natürlich, wenn es was Antwortbares ist, was auch immer. Hoffen wir sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.